Schauen wir mal, Hinweis, durch Rutschen kannst du einige gefährlichen Hindernissen ausweichen. Rutschen war B, glaube ich, gell? Oh, nö, nicht wieder ein nach vorne Lauflevel, da habe ich... Na gut, Kugel, dann auf geht's. Hä, keine Kugel mehr? Okay. Okay. Den Tod haben wir auch lange nicht mehr gesehen. Aha. Nein, was mache ich? Okay, das war jetzt auch echt doof. Nein, laufe. Nein, laufe. Na. Oh Mann. Hä? Hallo? Ich habe B gedrückt. Geh weg. Und das Level. Haha. Oh. 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 Okay, wieder ein Level, was ich nicht checke. Vielen Dank fürs Gespräch. Oh. Oh, der Kristall. Oh. Oh. Das war fies jetzt. So, geschafft. Der Warp-Raum. Unendliche Weiten. Knuddel. Hallo. Äh, The Eel Deal. Und tschüss. Hinweis. Hinter etwas Falschem verbirgt sich ein besonderer Edelstein. Hinter etwas Falschem. Was ist das hier? Äh, was? Kann ich die abballern? Ja. Schnauze hier. Da hat wieder Don. Ich bin. Schnauze hier. Ich bin. tschüss, Bonus Level. Ah scheiße, ich hätte erst das Ding nehmen sollen. Ha, geschafft. Endlich mal wieder ein Bonus Level abgeschlossen, Mann. Oh, ich kann die doch behüpfen. Oh, shit. Hier geht es nicht weiter. So, na, hier lang. Alter. Alter. ARGH! Ich habe ihn noch nicht lang. hallo hallo tür runter ach wie cool das ist gerade ein bisschen eine blöde perspektive hä was ach ich muss weiterhangeln ich bin so ein honk was war ich so froh dass es so einfach war dass die erste runde ok an den niggern kann man so Okay. Wieso habe ich denn jetzt so Probleme mit diesen fucking Ventilatoren? Mann! Spring doch auf dieses Kack-Ding! Achja, das geht? Nö! Nein! Wieso gehen die denn unter? Oh! Super! Und so ein Honk! Nein! Nu! Hier ist es auch noch knapp! Hä? Ah, leck mich. Wir gehen mal die andere Richtung, oder? Wir gucken mal, was hier so ist. Ne, wir gehen die Richtung. Ha, ha, ha. Das ist schon ein wenig das Level. So. Wie läuft denn das jetzt hier? Gehen wir hier irgendwo rein? Ne. Ich schick das nicht. Und jetzt? Ach, komm. Ach ja. Die kann man doch kaputt machen. Okay, alles klar. Jetzt geht sie aber nicht weiter. Jetzt geht's. Oh. Das war schon wieder scheiße knapp. Ja, wenn ich das vorher gewusst hätte. Das war schon wieder scheiße. Okay, das war jetzt auch eine schwere Geburt. Aber das muss man ja auch alles erstmal wissen. So, Deal, Deal, abgeschlossen. Bäm. Das weiß er wieder. Von 25 Kristallen. Du bist auf dem richtigen Weg. Mir geht die Energie aus, was die Kommunikation schwierig macht. Denk daran, ich zähle auf dich. So, wen haben wir jetzt? Komodo Brothers. Oh je. Direkte Angriffe verletzen sie nicht. Super. Alter, was? Ja, ihr seid ja mal cool. Okay, das dürfte eigentlich simpel werden. Was macht ihr denn jetzt? Was macht ihr denn jetzt? Kuff. Okay, das war simpel. Das war simpel. Das war simpel. Na ja, gut. So, dann kannst du jetzt mal da in der Mitte bleiben. Auf geht's. So, was haben wir hier? Plant Foot. Da ist er wieder. Nö. Doch. So, also Plant Foot. Sure or later. Bear down. Oh, nicht schon wieder mit dem Bear. Und Roads to ruin. Und unbearable. Okay, wir fangen mit Plant Foot an. So. Untertitelung des ZDF, 2020